Hallo und Willkommen bei der Mainz Halle Deggios und wir haben hier den Sieger pro Effe. Schon wieder gewonnen? Ja. Na, wie fühlt man sich? Ah, relativ gut. Und was hast du gespielt? Ah, Spiral. Ohne Orkust. Ohne Orkust? Ja. Ohne Dangers, richtig? Ja, weil Dangers und Orkust sind was für Lappen. Okay. Und alles klar, dann fangen wir mal an mit deiner saftigen Liste. Ja, okay. Dann Standard 3 Agents, 3 Tasts, dann 2 Last Resort, weil wenn du schon eine verschwendest für eine Kombo, ist ein zweiter schon sehr hilfreich und kannst sie dir auch raussuchen. Und es ist ein Spiral-Monster. Richtig, ne? Ja, dann der Brokene, sein Bruder, die behinderte Cousine. Ey, der Masterplan ist cool. Ja, die sind alle nicht once per turn, das macht sich alle broken. Dann der ganz große Orshi. Der Kerl, der schießt, ist das Boss-Monster. Ja, der mit Last Resort, New Resort Sides, okay. War das der Grund, warum du das Deck spielen wolltest? Oder gab's... Probe, machen wir es aber erst mal. Ja, machen wir am Ende. Okay, dann 2 Ashes, weil 3 zu schlecht sind. Nein, das ist mein Freund. Es ist der Grundspoliteur, das ist das Problem. Dann Spice. Dann Gnom. Gnom. Wie gut kam die für dich heute? Sehr gut, hat mir 2 Menschen, glaube ich, gerettet. Und sie stoppt halt den gesamten Zug. Wenn Orkos auf Phönix geht, wirst du das auf Phönix ab, der Zug ist vorbei. Also das ist halt so eine Karte, die muss man perfekt schmeißen, sonst ist die halt nicht gut. Ja. Findest du? Okay. Wenn man weiß, wann man sie schmeißen muss. Okay. Dann zu den Spells, Resort und der schlechte Resort. Okay. Weil Resort einfach Broken ist. Dann dafür 2x Terraforming. Okay. 2x Big Red, weil 3 zu viel sind. Und das ist Rebound nur und gut. Ja. Dann der beste Extender. 3x Full Spirial Goods. Sende deine Traps und deine Spades rein, die du brauchst, um zu kombon. Dann Mischen. Du brauchst sie nur einen, um den Kombo zu starten. Für mehr brauchst du sie eigentlich nicht. Dann Foolish für Kombo, Rota für Kombo und 1x1 für Kombo. Und dann 2x Twin Twister, weil Twin Twister gut ist in dem Format. Sehr viele Sachen laufen mit Backcross rum und damit kann ich auch Counter Traps zwingen sie zu aktivieren. Ja, das stimmt. Dann zu den Traps sind 3x Impermanence, weil Impermanence ist im Gegensatz zu Ash nicht Wanted Better. Das macht sie halt gut. Dann 3x Ebony. Bei Ebony 2nd immer gut kommt. 1stern kann ich es abschmeißen und ist es auch nicht 1spot turn. Wenn man 2 hat und 2 geert, da räumt man Fader auf. Ist deine Intention des Decks klein 2nd zu gehen oder spielst du einfach nur so, falls du Würfe verlierst? Falls ich Würfe verlieren und ich habe heute sehr oft Würfe verloren. Weil du brauchst in Spiral nur 2 Karten-Kombos um mächtige Fäder hinzulegen. Okay. Dann 2x Rescue. Du brauchst nur 2 um die Kombo vollständig zu machen. Die 3 wäre halt zu 4 und damit würdest du eher Bricken. Okay. Dann die beste Trap im gesamten Deck. Phoenix Wing Blast ohne Abwerfen wenn du den Agent kontrollierst. Ja krank. Dann zum extraback. Da haben wir einmal Powerload bei der Brokenness. Okay. Avramax leider Brokenness. Okay. Und Gryphon weil ich keinen Trigate Baut. Du brauchst keinen Trigate Baut. Ah okay. Weil Gryphon macht auf dem Feld mehr. Ja verstehe. Er hat mehr Händler. Klär mal Avramax. Hm? Klär mal Avramax. Ja Avramax. Ist echt. Was geht. Ist ein gutes Bossmonster für Notfälle. Kann gut Damage pushen. Kann nur als Angustier gewählt werden. Kann nicht durch Karten-Effekte gewählt werden. Und wenn es geht darfst du eine Kartoffe auf dem Feld neun Tage zurück ins Deck nehmen. Das ist Geos neue Sleeping-Karte. Neue Sleeping-Karte. Ja. Geos neue Sleeping-Karte. Dann Decode für OTKs. Weil der Sleeper und Helix erreichen für OTK. Dann nehmen wir Unicorn für Kombos. Den Gears-To den ich nie rausgebracht habe. Helix der dir einfach alles in diesem Deck erlaubt was du willst. Also hätte der nicht mal ein Rekind bekommen. Ja. Boah Preis steigt von Zupul Helix. Was sagst du dazu? Ah. Ich habe meine schon. Okay. Dann Phönix für Kombo. Ja. Je nach Platz Cerberus für Kombo. Ich habe keine Ahnung warum ich sie heute mitgebracht habe. Weißt du echt? Nein. Ich hatte den extra Deck Platz 2. Also hast du quasi nur 14 extra Deck gespielt? Ah okay. Verstehe. Dann Abyss-Twäller weil er gut ist. Weil er gut ist. Und weil ich Leuten auf den Sack gehen will. Okay. Und die beste Deck ist die Princess Bride. Ja. Denk dir eine Spell und Trap auf. Dann darfst du sie auf die Hand nehmen. Und das ist. Dein Deck besteht aus sehr vielen Spell und Traps. Okay. Ja. Verständlich. Ja. Dann kommen wir zum Side Deck. Ja. Dann dreimal Penguin Drops. Mhm. Ich werde ihn auf zwei Karten weil ich mich nie getraut habe 3 zu Siden. Dann zweimal Bayruns per Turn. Ja. Zweimal Oga Bayruns per Turn. Ja. Und Ash. Die letzte Ash weil Orkus gegen meistens die erste Handtryl verliert. Ja. Dann. Ich habe dir das Deck zum Going First Deck macht. Dreimal Caught by the Grave. Wow. Ich habe mich jedes Mal reingesaltet weil ich wusste dass die Gegner mich anfangen lassen werden. Danach die besten Spann-Trap-Reboot-Move. Hetronade. Wow. Dann hat der Combo Red-Reboot. Okay. Wenn der Gegner eine Trap aktiviert und nach Hetronade machst du einfach Red-Reboot. Weil es eine Contest können die keine anderen Fallen einchainen und dann fliegt alles insgesamt. Mächtig. Nach oben. Wow. Und selbst so kommt die Karte gut gegen Striker. Weil die müssen. Ja ja. Wenn die als Rolllösung für einen Schund machen. Ja. Die werden gebanished und Angkor oder so müssen sie so fahren. Ja. Das war's. Und das darf man in keinem Deckpunkt frei vergessen. Goku für den Beatdown. Okay. 15.000 ATK. Immer gut. Und für ganz Notfälle den zweiten Goku mit 25.000 ATK. Okay. Zu der Frage davor die ich stehen wollte. Was war jetzt deine Intention gewesen das Deck zu spielen? Ich hatte die Wahl zwischen Sky Striker und Spiral und ich dachte mir YOLO aus Sky Striker habe ich keine Lust. Machen wir Spiral. Ja. Okay. Also war das nicht so das und das ist besser sondern du hast einfach noch Bock drauf. Ich hatte an sich Lust drauf und Spiral hat sich aus anderen Events gezeigt dass es mit dem Meta mithalten kann. Alles klar. Dann würde ich sagen vielen Dank für das Deckengefallen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und Gratulation dass du schon wieder Regis gewonnen hast. Muss halt. Ehe zu verteidigen bei JK. Ja ich verteidige JK.